und jetzt passiert das Spiel kommt auch von den Machern die äh, Guild Wars machen Guild Wars 1 zumindest steht hier zunächst yeah Spielebild ja guck nach dort guck, guck euch das an, die guckt doch grad aus neither kann I what's going on what are they gonna do to us I don't know Jen, stay calm I'll get us out of here just give me a minute what the fuck are those things hi hi oh shit kopfschmerzen kopfschmerzen argh, hier in der Wäsche argh ah oh shit kopfschmerzen oh shit oh shit oh shit Ah, das ist so schlimm. Er wird schnell! Explodier doch endlich! Danke! Oh Gott, das ist die Befragungssattation. Shit! Ja, was ist das? Kann... Kann... Oh nein! Autsch! Autsch! Ich komme! Was? Sie zum... Okay... Was ist das? Ey, lass mich dich verprügeln, Junge! Ey, weg mit dir! Ey, weg mit dir! Hey Mann, bist du okay? Shit, ich glaube nicht. Hallo? Oh! Oh! Oh, sorry! Oh, benutzen! Oh! This way! This way! Oh! 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 Ich mag's nicht! Zieh deine! Oh! 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 Oh my God! Oh my head! Oh! Schaut euch an! Moderne Technik!! Oder wie bei Port! Ne, nicht f! T's! Was ist das für ein Platz? Was ist das für ein Platz? Warte, doch, doch, ich komme. Wie macht er das bloß? Das war echt voll cool. Das Spiel war einfach so. So ein bisschen. Aha, aha, okay. Was ist das für ein Platz? Was ist das für ein Platz? Ich glaube, der lebt im genialen Kopf, aber nicht so. Links oder rechts? Wir gehen mal links. Das Fisch mag uns nicht. Kommen wir nicht lang, weil dafür brauchen wir eine spezielle Hand. Und schütze die Hand. Finde ich nicht. Fühlt man nur. Respektive halt. Respektive. Geht auf. Wie macht er das? Ja. Oh nein. Schauen Sie uns an. Sieh euch doch. Oh nein. Die Schöpfel. Die Schöpfel. Die Schöpfel. Wir brauchen ja nicht. Was der hell die zu diesen Menschen machen? Bähähähähähähähähähähähähähähähähsau. Sieht ungewohnt aus. Das ist eine. Ja. Ja, das ist ein Spinn, ein Spinn. Ich bin so... Die Ancients! Oh mein Gott, NOO! NOO! Ich glaube hier ist 2 oder so. Ey, aber noch nicht so. Was ist? Das finde ich auch lustig. Schöne Portaltechnik und alles. Kapitel 3, Spiral abwärts. Och, da werde ich mich sicher nicht mehr an den Kapitelanzahl erinnern in der nächsten Aufnahmsession. Was haben wir denn noch hier? Ja, Portal verändern, alles. Das stimmt. Oh Gott, was habe ich gerade gemacht? Wusste ich doch nicht. Ich habe die Maschine wieder angenommen. Im Ladebildschirm war doch hier noch was. Sind das nur für Assis? Ist egal. Was ist das für Feiglinge? Und damit haben wir unsere zweite Waffe. Unser Scharfschützengewehr. Oder Schnellfeuerwaffe in allem. Und damit haben wir unsere zweite Waffe. Ich habe die Maschine wieder angenommen. Danke schön. Würde ich nicht. Ich glaube sind das... Das sind die Gegner. Okay, Moni. Würde ich haben. Ähm, wo muss ich denn jetzt lang? Okay. Okay. Was muss ich hier lang? Ich bin verwiegert. Wo muss ich da nach unten? Check. Ich weiß nicht. Ein Urheber. Dieser rein. Ich war uns. Ich weiß nicht. Ich arbeite ihn. Oh, ich weiß nicht. superficie. Ich weiß nicht. censure blieber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Oh Gott, ich weiß nicht. Ah. Ich glaube, ich bin gestorben. Näh, scheiße. Scheibenkleister. Wirken aber auf jeden Fall gibt es hier auch einen Deathcounter. Hab ich. Ach stimmt, ja, die kriegen wir doch jetzt erst mal. Danke, Fanny. Fanny. Na ja, das ist von hier. In the Great American Southwest, I'm Art Bell. Verfreul dich, Freunde. Noch ein Stück. Was war denn mit drin? Äh. Jetzt auf jeden Fall rein. Danke. Damit haben wir unsere dritte Waffe. Unsere, wie soll man es sagen? Minen? Doch, Minen kann man sagen. Woah! Ja! Ja! Ja!